Das war sehr lieb von dir, es war jetzt sehr lieb von dir. Nein, ich hatte das Gefühl, weil da die Sache mit dem Hellsmile auch noch irgendwie offen ist, oder? Alle Geheimnisse, alle wurden gelöst. Ja, was ist immer noch? Es geht mir gut. Ich bin bereit für das nächste Abenteuer. Nein, ich bin noch nicht bereit. Okay, ich bin jetzt bereit. Ich habe mir die Tränen getrocknet. Es geht mir gut. Im Moment. Das verbleibende Geheimnis ist Doktor Hueskas Forschung? M-Mord? M-L-Li-E-A. Ah... Hm... Notizen? Gibt es denn... Vielleicht wurde er bedroht und plante die Plätze zu tauschen. Leiche? Das verbleibende Geheimnis ist ein E-Mail! Das ist sehr nett, das muntert mich tatsächlich. Ein bisschen auf, nach der ganzen Scheiße hier. Das ist ein E-Mail. Das ist ein E-Mail. Das ist ein E-Mail. Danke, Vivi. Ich folge dir überall hin. Gehen wir, Meister. Okay. Yuma findet die Wahrheit. Egal, was es kostet. Auf jeden Fall. Wir treten denen sowas vor den Arsch. Die sind schuld an allem Bösen, was passiert. Ich weiß nicht, wieso, aber... Yuma-kun, du hast es verurteid. Nein. Wenn du nicht verurteid, dann wird es ein Verurteid. Ich bereue es nicht. Ich bin todtraurig. Aber... Um... Warum konnte er nicht einfach mit uns reden? Warum hat der Chef nicht einmal mit uns geredet? Ich weiß nicht, ob es was genutzt hätte, aber vielleicht hätten wir ihn ja abbringen können von diesem Plan, von dieser Idee. Die graue Eminenz ist von Band 10. Die Stimme ist aber sehr tief. Ich weiß nicht, ob er uns unheimliche Sachen zuflüstert, oder was? Ich weiß nicht, ob es in diesem Plan ist. Ich weiß nicht, ob es in diesem Plan ist. Warte, ich muss es noch einmal sagen. Ich habe mich nicht verstanden. Ja, sonst werde ich ewig nicht gut schlafen können. Hübscher Filter. Was ist denn hier los? Alles schwarz-weiß. Raus hier. Der Fall ist abgeschlossen. Nein. Batsch, voll in die Fresse. Niemals Jesús. Das war am Schluss. Du little kennelscher von Panzern heimoinen. Na der Fall von L долго sind wir so richtighearted! Laus hier ich Och so200 geniens nach! So200 genierio! A butter автомоб people. да, was ist in meinem Gini. Ich habe das alles in einem anderen Fall gelegt. Warte mal kurz. Foto, laut wie wir das Ermitteln gab es noch nie einen Fall, in dem Fink da schlechter Künstler eine Morddrohung ausgesprochen hat. Vielleicht ist dieser besonders Grundriss... Wo du hinterher... Hm, das gleiche Messer würde ich mal dem Morddrohung. Keine Ahnung. Er präparierte die Mordwaffe. Er tötete sogar den Fess, also den Doktor. Oi, was war das denn jetzt? Nichts. Nein, das wollte ich nicht! Ah, sehen wir dieses Schlüssel an. Gibt es verdächtige Beweise? Hatte der Chef etwas im Flur versteckt? Warum hat er das Ding überhaupt? Die Laubohrkarte? Oi. Jawoll. Er hat dem Unbekannten die Karte gegeben, damit der sich zurechtfindet? Oder wie? Oder wie der Unbekannte halt reinkommt? Oder was? Naja. Geht's dir gut? Du wirkst so gestresst. Ich habe das Gefühl, ich weiß, was los ist, aber ich möchte nicht sagen, weil ich habe keine Lust, falsch zu liegen. Ist der Killer gewesen? Sein Foto? Lagerraum? Da ist die Tür verschlossen. Oh, weiß ich nicht. Gucken wir mal auf das. Okay. Au. Der Unbekannte existiert nicht. Er plant alles. Wen... Oh, scheiße. Das heißt überhaupt nichts. Ähm. Hm? Der Täter... Ich hätte ihn finden können. Es... Es wird los, okay. Ihn auch weggeworfen. Was? Jetzt bin ich... Jetzt kommen wir durcheinander. Dieser Gruseltyp von mysteriösem Phantom könnte recht haben. Diese Karte allein ist ein schwaches Beweisstück. Wenn wir nur weitere Hinweise auf eine Verbindung zwischen dem Chef und dem Unbekannten hätten. Lass uns mal die Lösungsschlüssel überprüfen. Also. Ein Foto. Unmittelbar nach dem Stromausfall. Eine dunkle Stadt. Der Forscher sieht, dass der Killer ist. Das sehe ich jetzt mal eine Stunde. Da ist die Tür Yumi. Der besitzt den Schlüssel. Das Foto? Du? 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 Okay. Weil... Die Karte kommt aus dem Lager und das ist... Ja. Wir wissen ja schon, wer das ist, oder? Oh, L drücken. Sorry. Ist das Fink der Schlechter oder was sagen wir mal? Ist der... Yumi, oder? Weil... Der... Yako... hätte doch nicht mit dem zusammengearbeitet, oder? Also, doch. Okay. Also, er hat... Okay. Dann ist der Fink der Schlechter jemand anderes, I guess. Sorry. Surprise! Und dann ist das Fink der Schlechter bzw. Sie sind sowieso doch, oder? Was 말씀st du mit dem Schlechter? Was sagt er denn... Das Fink der Schlechter? Was sag's mir doch nicht mit dem hin? Ich sag's mir doch... Und dann ist das Fink der Schlechter, oder? Jetzt fang nicht an zu lachen, du kleiner B... Hör mir los! Unhöflich ist er auch noch, aber das wussten wir ja schon. Oh, das ist das, was du so verdammt. Sie sind zufrieden und zufrieden und zufrieden. So haben wir uns nicht gewohnt. Noch niemand kann es mir nicht mit mir helfen. Nein, ich kann es nicht tun. Ich bin ein Dank. Ich habe alles in der Stadt gearbeitet. Was ist das? Was ist das? Frau Frau. Es ist schuldig, aber es ist die Wahrheit von Yomi. Ich kann es nicht tun. Was ist das? Sie hat einen Kopf in der Mitte. Das ist nicht so. Wozu denn das Ganze hier? Vielleicht können wir das ja in der realen Welt. Für Blumensträuße, Schokolade, Anerkennung, unseren Seelenfrieden. Aber ich will nicht schlafen. Ich glaube, dass es so gut geht. Alter. Du bist... Du Krita! Er war nicht so dumm. Er hat es sicher gewusst. Ich kann mich nicht verraten. Herr, Herr, ich habe noch Zeit. Ich habe mich über die Erdbeeren. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich weiß, was ich so richtig verletzt habe. Ich weiß, was ich besser zu tun? Ich weiß, ob ich mich nicht mehr so richtig fühle, wenn ich mich nicht mehr verletzte. Wenn ich mich nicht mehr und ich mich nicht mehr verletzte, wenn ich mich nicht mehr überrascht habe, dann könnte ich mich nicht mehr überraschend sein. Aber ich kann mich nicht mehr zurück in meinem Leben und ich muss schon wieder zurückbleiben. Das hast du schon gehört. Wir werden ihn schon noch zur Rechenschaft ziehen. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Es ist egal, oder? Ich werde alles wegwerfen lassen. Das ist so, wie du siehst. Ich bin mir sicher. Und wovon träumst du nachts? Das ist alles irgendwie so unbefriedigend. Dieser ganze Fall ist einfach nur... Ich bin mir sicher. Was ist das, du? Ich habe mich plötzlich ausdrücklich. Es ist egal. Es ist egal. Ich werde dich jetzt sterben. Es ist egal. Ich bin der Mann. 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 Mann. Das ist egal. Ich bin der Mann. Könnte ja einfach nicht. Ich bin der Mann. Ich kann nichts sagen, dass ich mich nicht mehr überraschend sagen kann. Ich habe es geschafft, dass ich ein Verletzt wurde. Das ist alles... Ich denke, das ist alles, was ich mir gedacht habe. Das ist das, was ich mir gedacht habe. Dann ist das. Ich kann mich nicht mehr über die Schmerzen der Schmerzen des Schmerzes. Das ist ein kleiner Schmerz. Ich kann mich nicht mehr über die Schmerzen des Schmerzes sehen. Oh, du bist so. Oh, du bist so. Das ist ein hübscher Folder. Ich glaube, ich hätte die Farbe anders gewählt, aber ansonsten sehr hübsch. Du kannst erkennen, was das ist. Schauen die nicht alle gleich aus. Ja, das wussten wir ja schon. Was der immer mit der Kontrolle über die Stadt hat. Das ist ein richtiger Hardener dafür. Ähm... Das wüsste ich auch gerne. Äh, was? Du tust doch geheime Geschäfte im Hintergrund, Bahn und was weiß ich. Und dann sagt er, andere sind schuld, dass die Stadt so im Arsch ist? Ich dachte, sie ist tot. T-Tämei... Suwaro... Das ist äußerst verwirrend. Ich dachte, sie ist ja Würfel geworden. Sofort nachdem... Das ist irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht mehr. Ähm... T-Tämei... 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 Wow? T-Tämei... Wow! Okay. Das ist weird. Lebt die wirklich noch, oder? Ist das Disuikön Verkleidung oder sowas? Die Leute, die immer die Schuld ihrer Taten auf andere schieben Ich meine, er hat die schlimmsten Dinge getan und ist so Ja, ich übernehme aber keine Verantwortung dafür Nein, das ist das Er hat sich für seine Einige Ich habe das dann, bitte und bitte Sie haben etwas Es ist ein Es ist eine Werte Aber es ist ein Einmal Das ist Was ist das? Wer hebt denn die Sachen in so einer Akte auf? So was würdest du doch besser verstecken und verteilen, oder? Wenn du solche Sachen machst, so kriminelle Geschäfte. Oh, oh, oh. Ich habe nicht gebrochen. Es hat sich so etwas zu tun. Es war ein Schmerz. Ich dachte, dass ich mich über die Schmerzen umgebrochen habe. Oh, oh. Oh. Bist du okay, Baby? Ja. Ich werde es überleben. Ich wäre vielleicht gestorben, wenn er nicht aufgetaucht wäre. Ja, zum Glück. Wir haben aber wirklich sehr viel Pech und sehr viel Glück in diesem Spiel. Weil immer, wenn wir kurz davor stehen, eins auf den Deckel zu bekommen, kommt irgendwer, Deus Ex Machina, und ist so na na na. Und dann haben wir aber so viel Pech auch, dass wir immer in solche Sachen reingezogen werden. Ja, hoffentlich. Das klingt doch ganz nett. So, das kommt. Das blöde ist, wir können halt den Typen nicht mal mehr fragen. Aber im Nachhinein betrachtet, selbst wenn wir ihn hätten fragen können, glaube ich nicht, dass er uns irgendwas erzählt hätte. Das macht die Sache ein wenig einfacher tatsächlich. Dann, ich bin von Solo-Solo-Solo. Nur, freuen kann ich mich darüber im Moment nicht. Ich bin sicher. Alle sind心配. Ich muss auch sagen, dass es auch andere Menschen zu erzählen muss. Oh, genau. Ich bin nur ein, nur ein. Was ist das denn? Eine Uhr? Jetzt geht er auf die Knie und öffnet die Chateau-Landis im Wakato. Willst du? Ich kann im Moment jeden Freund gebrauchen. Okay. Bye, bye. Vivi, lass uns zu unseren Kollegen gehen. Malala, du kannst aufhören. Es ist alles okay. Uns geht's gut. Ich habe es bereits beantwortet. Beantwortet? Was ist das denn? Genau. Ich habe mich überrascht. Dann werde ich den Präsidenten hervorrufen. Was? Beantwortet? Ich habe mich überrascht. Ich bin mir überrascht. Ich bin mir überrascht. Ich bin mir überrascht. Ich bin mir überrascht. Bruder, ich wünschte, es wäre so. Ich würde wirklich nichts lieber machen als einen Witz. Ich habe mir überrascht. Ich gebe dir überrascht. Ich würde mich überrascht. Ich bin mir überrascht. Ich würde mich überrascht. Ich würde dich mit der Schnauhe-Landis, das ist das... Drei, ich würde mich, das Kniegatz. Ich kann mich nicht verletzen! Stopp, Frau Frau. Ich werde nicht mehr so schwer, Frau. Das ist aber... Ich will nur noch was, Frau. Aber ich habe mich nicht verletzt, Frau. Ich werde es nicht verletzen. Ich werde es nicht verletzen. Ich bin der Arschlusser. Ich bin so ein Schmuck. Ich bin so ein Schmuck. Es gibt noch keinen Sinn, spinnen Sie dannen. Es gibt noch eine horizontale Zukunft für ein Traur, oder wie es offensichtlich des Verbotten ist. Nun, wenn ich auch nicht, erstmal noch ein Schwerpunkt zurückkomme. Keine Chance zu leben. Nein. Er will nur... Er will es noch nicht vor allen anderen zeigen. Er muss das selber irgendwie verarbeiten.